Vishwamitrasana ist die Stellung, die dem heiligen Vishwamitra gewidmet ist. Vishwamitrasana gehört zu den Variationen der schiefen Ebene und zu den Variationen des Seitstützes. Vishwamitrasana zählt zu den fortgeschrittensten Asanas überhaupt. Du brauchst eine Spagatflexibilität und starke Arme und Beine, um die Stellung machen zu können. Vishwamitra war unter den großen Rishis ursprünglich ein König geworden und er erkannte, dass Rishi zu sein viel besser ist als ein König. Er musste intensive Disziplin üben und seinem Körper hart den Askesen unterwerfen, um schließlich zum Rishi zu werden. Und das wird ausgedrückt auch durch Vishwamitrasana, die Stellung des großen Rishis Vishwamitra. Er hat eine Spagazkabelung. Sie haben keine Spagazialisation, die bei der Schöpfung zu machen. Daher nicht so gut, dass ich mehr aufzunehmen, die aufzunehmen, wird es um Schöpfung aufzunehmen. Er hat eine Sange, als Schöpfung aufzunehmen.